Das Orgelporträt Die Wiedemann-Orgel in Prölsdorf 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 Prölsdorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Rauen-Ebrach im unterfränkischen Landkreis Hassberge. Der Ort liegt im Steigerwald an der Rauen-Ebrach, einem westlichen Zufluss der Regnitz. Die erste urkundliche Erwähnung datiert aus dem Jahre 1116. Obwohl nur 25 Kilometer westlich von Bamberg gelegen, gehörte der Ort immer zum Gebiet des Hochstifts Würzburg. Das dem Ort 1777 verliehene Marktrecht drückte sich in der offiziellen Bezeichnung des Dorfes mit seinen heute 340 Einwohnerinnen und Einwohnern aus, bevor der Markt Prölsdorf und 15 weitere Dörfer der Umgebung im Rahmen der Bayerischen Gebietsreform 1978 in die neu gegründete Gemeinde Rauen-Ebrach eingemeindet wurden. Ein eigener Pfarrer ist bereits 1244 im Ort nachweisbar. Prölsdorf gehört damit zu den ältesten Pfarreien der Gegend. Die heutige katholische Pfarrkirche St. Sebastian entstand von 1764 bis 1766 nach Plänen des Würzburger Hof- und Dombaumeisters Johann Michael Fischer, eines Schülers von Balthasar Neumann. Die elegante Saalkirche steht auf einer Anhöhe mitten im Ort und bildet mit dem barocken Pfarrhaus und dem benachbarten Fachwerkhaus ein fränkisches Landidyll wie aus dem Bilderbuch. Knapp 100 Jahre später, 1861, erhielt die Kirche ihre heutige Orgel aus der Werkstatt des Bamberger Orgelbaumeisters Josef Wiedemann. Das volle Werk dieses bemerkenswerten Instruments erklang soeben in einem Präludium von Johann Nepomuk Hummel. 1778 in Bresburg, Bratislava geboren, wirkte er zunächst auf Empfehlung Josef Haydns als Hofkapellmeister beim Fürsten Esterhazy, später in gleicher Funktion in Stuttgart und ab 1819 in Weimar. Die kontrapunktisch anspruchsvolle Fuge, die zu diesem Präludium gehört, hören wir am Ende dieses Orgelporträts. Aus Mähren stammte der 1750 geborene und später in Ludwigs Lust wirkende Johann Matthias Schperger, von dem das nun folgende affektbetonte Andantino stammt. Aus Mähren stammt. Amen. Amen. Der Orgelbauer Josef Wiedemann wurde 1819 in Zusammzell, heute ein Ortsteil der Gemeinde Altenmünster, im Landkreis Augsburg geboren. Vermutlich erlernte er sein Handwerk zunächst bei einem schwäbischen Meister und arbeitete dann als Geselle bei dem Wiener Hoforgelbauer Jakob Deutschmann. Hier lernte Wiedemann auch die neuartige Füßharmonika kennen, ein Instrument mit durchschlagenden Zungenstimmen, das er später auch einige Male selbst bauen sollte. Als er auf seiner zunftgemäßen Wanderschaft auch nach Bamberg kam, war dort gerade der Orgelbauer Johann Bischof gestorben. Er wurde bei der Witwe des Meisters vorstellig, die er später auch heiratete, und konnte die Werkstatt übernehmen. Der damals erst sechsjährige Sohn Bischofs, David Friedrich Bischof, wird später von seinem Stiefvater Wiedemann ausgebildet und übernimmt nach Wiedemanns Tod 1868 die Werkstatt. In den 20 Jahren seiner Tätigkeit nahm die Bamberger Werkstatt einen deutlichen Aufschwung. Rund 60 Arbeiten sind in dieser Zeit geschaffen worden, meist in der Umgebung von Bamberg, aber auch in den angrenzenden unterfränkischen Gebieten, wo er trotz starker Konkurrenz vor allem durch die aufstrebende Werkstatt Balthasar Schlimmbachs in Würzburg einige Aufträge erlangen konnte. Wiedemann war im Gegensatz zu Schlimmbach ein Anhänger der Schleiflade. Nur ein einziges Mal, nämlich im Bamberger Dom, hat Wiedemann zwischen 1865 und 1868 eine Orgel komplett mit Kegelladen erbaut. Zuvor hatte er die neuartige Kegellade nur im Pedal verschiedener kleinerer Orgeln ausprobiert, doch ganz ausgereift war die Konstruktion offensichtlich noch nicht. Sämtliche Gutachter bescheinigten ihm danach zwar gute Arbeit, aber zu wenig Erfahrung im Bau von Kegelladen. Seine Bamberger Domorgel erwies sich als so störanfällig, dass sie kurze Zeit später von der Firma Steinmeier komplett umgebaut werden musste. Dieser Misserfolg hat ihn vermutlich so stark getroffen, dass er kurz darauf im Alter von erst 49 Jahren verstarb. Einige seiner zuvor erbauten Instrumente sind erhalten und verdienen allesamt mehr Beachtung, als ihnen heute zuteil wird. Genannt seien exemplarisch nur die 1861 errichtete Orgel in Puzzlesheim im Landkreis Schweinfurt, die 2018 restauriert wurde, und die etwa gleich alte, ausgesprochen klangschöne Orgel in Albertshausen bei Bad Kissingen. Zwei manualige Instrumente, wie sie Wiedemann etwa 1865 für die Stadtkirche in Ebern im Landkreis Hassfurt oder zwei Jahre zuvor für die Kirche in Randersacker bei Würzburg schuf, sind hingegen keine mehr erhalten. Die Orgel in Prölsdorf wurde 1860 verakkordiert, konnte 1861 eingeweiht werden und ist bis heute völlig unverändert erhalten. Hören wir nun eine Choralbearbeitung des 1739 geborenen Christian Friedrich Daniel Schubart, der als Musikdirektor am Königlichen Hof in Ludwigsburg wirkte, später aber vor allem durch seine scharf formulierte Kritik an Aristokratie und Geistlichkeit seiner Zeit große Bekanntheit erlangte. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Prospekt in Prölsdorf zeigt neuromanische Formen mit einem großen Strahlenkranz und IHS-Symbol in der Mitte Die Orgel besitzt 13 Register, Schleifladen und einen freistehenden Spieltisch mit Blick zum Altar Im bis zum 3 gestrichenen F ausgebauten Manual finden wir die Stimmen Prinzipal, Gedakt, Flöte, Gamba und Solizional 8 Fuß Oktav und Waldflöte 4 Fuß, Quint 3 Fuß, Superoktav 2 Fuß sowie eine fünffache Mixtur auf 2 Fuß Basis Das Pedal mit einem Ambitus bis zum 1 gestrichenen C ist mit Subbass und Violonbass 16 Fuß sowie einem Oktavbass 8 Fuß besetzt Dazu kommt eine Pedalkoppel Ebenso wie die Orgel in Prölsdorf ist auch die nun folgende Fuge von Johann Nepomuk Hummel gearbeitet Gänzlich klassisch konzipiert, mit profundem Wissen um und Respekt vor der Technik der alten Meister Und doch keineswegs epigonenhaft, sondern in Charakter und Ausdruck fest im 19. Jahrhundert verwurzelt Kärgermeier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020